Hollerö, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Afterbirth Plus. Wir spielen Lazarus. Ich hab grad einen Run versucht aufzunehmen und bin auf der ersten Ebene gestorben, weil scheiß Trollbombe. Juhu, Mom's Portal auf Pilz. Alter ey. Dieses Game suckt momentan so, ne? Das ist unglaublich. Range up, okay. Ja, Lazarus kann ja einmal sterben, das heißt wir werden hier auf dieser Ebene wahrscheinlich sterben gehen. Und Lazarus 2 werden. Das könnte eine Hellsabpille sein, ne? Hm. Bringe ich mich hier an dem Feuer schon rum? Können wir in den Shop gucken, ob da ein blaues Herzchen drin ist? Und es ist ein blaues Herzchen drin. Okay, ich glaube wir sterben hier. Äh. 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 Okay. So, was ist das? Speed down. Oh, komm. Okay, wir haben ein bisschen Damage bekommen. Range. Speed up eigentlich. Luck up haben wir auch bekommen. Und das war's, glaube ich. Aber gut. Äh. Münze mitnehmen, okay. Ragman. Oh, nee. Warum müssen wir denn Ragman auf der ersten Ebene bekommen? Muss das sein? Okay. Okay. Solange er seinen Kopf macht. Oder nur seinen Kopf raus haut. Ist es eigentlich noch recht angenehm. Weil wir eigentlich, ja, ganz gut Damage machen. Was haben wir hier? Magix Gap. HP und Luck up. Das ist okay. Gerade als Lazarus. 2. 2. Dann haben wir jetzt 2 Herzchen. Das ist ziemlich gut. Eigentlich. Würde ich jetzt mal so sagen. Und ne Bombe. Schön. Schön, 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 schön. Okay. Okay. Hu, ha, hi, ha. Hu, ha, ha. Okay. Nice. Hm, da geh ich jetzt noch nicht rein. In den Zaki-Zaki-Raum. Ja, vielleicht, wenn wir hier ein blaues Herzchen bekommen. Nein, wir bekommen eine normale Truhe. Eine normale Truhe. Ist das dein Ernst jetzt? Okay. Aber da drin ist eine Powerpille, ne? Eine Ranger. Oh, hä? War das nicht Powerpille? Ach, ich bin verwirrt. Okay. Hatten wir die Pille nicht von Anfang an? Ne, wir hatten eine blaue Pille von Anfang an, ne? Stimmt. Lazarus startet ja mit einer Pille. Und... Was war denn das für eine Pille? Ich weiß es nicht mehr. Damn. Ähm. Das machen wir. Zack. Einmal kurz raus und wieder reingehen. Ach wie, das hat nicht... Das hat nicht... Warte, wie? Oh. Oh. Okay. Ha, ha. Äh, wenn ich hier sprenge... Ne, das reicht eigentlich nicht, oder? Ne, wir kommen nicht an die Münze an. Schade. Aber wir haben ein blaues Herzchen dazu bekommen. Und einen Shop. Und wir brauchen immer noch einen Schlüssel. Ranger, schon wieder. Wow. Wir bekommen ziemlich viel Range, wie es aussieht. Weder irgendwas, was... Dass wir... Dass wir... Äh... Was macht ein Mega-Range-Down? Äh... Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Number One. Dass wir Number One bekommen. Ha. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ach, Mensch. Okay. Einfach die ganze Zeit hin und her rennen. Und... Wow. Getroffen werden. Ha. Und einen spannenden Monstro-Run haben. Äh, Monstro-Kampf haben. Wow. Das war... Wow. Panzer-Grau. Das ist nett. Und... Okay, wie es aussieht, gehen wir auf Angel-Deals. Alles klar. Range up. Und... Wir kriegen... Mengen an Range. Das ist krass. Wir brauchen immer noch einen Schlüssel. Ich könnte mal mein Space-Item aufladen. Und Bombs-Aki. Bad Gast. Wow. Wir gucken... Ähm... Da kann nicht der Geheimraum sein. Schade. Wir gucken hier rein. Wir bekommen einen echt behinderten Gegner und zwei Truhen, die richtig toll waren. Wow. Und keinen Schlüssel. Wow. Hier ist der Geheimraum. Oh, dein Ernst. Okay. Wo könnte der Super-Geheimraum sein? Da oben? Ich denke, der ist da. Hier. Ja, doch, doch, doch. Der dürfte hier sein. Wir sprengen mal... Na, okay. Komm. Und ein weißes Herz... Wow. Dieses Spiel läuft wie am Schnürchen. Der Devil ist immer noch offen. Okay. Jetzt ist er zu. Okay. Ach, Mann. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Wir haben keinen Schlüssel bekommen. Dein Ernst. Gut. Kein Item im Itemraum auf der letzten Ebene bekommen. Schön. Das ist super. Das freut mich. Das ist Wunderbärchen. Hust, 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 hust. Okay. Oh, Gott. Huh. Zack. Und den auch noch. Eine Bombe. Ich will Schlüssel, Alter. Gib mir Schlüssel. Ich habe auf dieser Ebene wieder keinen Schlüssel bekommen. Keinen Itemraum dadurch, ne? Ach, Mann, ey. Dann gib mir jedenfalls einen guten... Okay. Gib mir trotzdem jedenfalls einen guten Angel-Deal. Dafür, dass wir auf der letzten Ebene keinen Schlüssel bekommen hatten. Okay. Wir gehen auf jeden Fall diese Ebene in den Shop. Ah, wir haben nur einen Schlüssel. Dann brauche ich noch einen Schlüssel unbedingt. In den Shop will ich eigentlich ganz gerne reingehen. Wir haben so viele Items. Äh, so viel Geld, meine ich. Wäre schon recht schön. Und wir dürfen nicht getroffen werden. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Okay. Nice. Und noch einen Schlüssel. Schön. Puber-Team. Okay, das ist, äh, annehmbar. Ist jetzt nicht so schlimm. Aber bisher erzählen brauchen wir nicht. So, hier. Ah, okay, wir nehmen es mit. Äh, äh. Wir haben jetzt ganz viele verschiedene Träne-Effekte. Zum Beispiel das da gerade. Wow. Wow. Das ist natürlich fantastisch gerade gewesen. Oh, wieso habe ich Fruitcake mitgenommen? Ich spreng den mal und kaufe uns das hier. Willkommen. Na gut. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay, das ist schon besser. Das ist schon besser. Wow. Wir haben gerade den Acid-Effekt gehabt, wie es aussieht. Acid-Tier. Und Jacobs-Ladder-Effekt. Okay. Okay. Ja, manchmal ist Fruitcake schon ganz nett, aber... Nee. Ich mag es einfach trotzdem nicht. Das ist ätzend. Oh. Das wollte ich gar nicht. Rebirth got canceled. Okay. Okay. Warum sind da gerade unsere Tränen explodiert? Wow. Hey. Nis... Oh, Mann. Ist doch die Dings, Alter. Okay. Aber es geht. Es ist noch... ...gan nicht mal so... ...schlimm, dass wir jetzt Fruitcake haben. Nicht so schlimm. Es ist schlimm, aber es ist nicht so schlimm. Oh. Ja, Geld. Okay. Oh, es ist so anstrengend. Dieser Boss, ey. Und ich krieg's auch nie, ihm Bomben in die Fresse zu klatschen. Irgendwie. Komm. Ja. Und wir bekommen einen Angel-Deal sogar. Wow. Wow. Aber wir besiegen den Engel. Der droppt uns dann Schlüsselteil und erhöht dadurch... ...erhöhen wir, glaube ich, nochmal unsere Chance auf Angel-Deals. Ich glaube, Schlüsselteile erhöhen die Chance auf Angel-Deals. Wow. Oioioioioioioioioioioi. Okay. Zack. Ist auch nicht so bad, ne? Aber nö. Ach, Mensch. Wir haben keine so guten Tränen bisher. Wir haben nicht so Gutes. Komm. Kaputt machen und... Kaputt machen. Okay. Okay. Aber wir haben... Warum haben wir eine bessere Tier-Rate? Ach ja, die Dolle. Die Puppe. Stimmt, die gibt uns eine bessere Fire-Rate. Macht ja Tiers ab. Stimmt. Au. Egal. Den hinterher hab ich gerne kassiert. Äh, da spreng ich. Eine Pille. Hier mit Hermes ist. Das ist okay. Und hier ist der Shop. Aua. In dem wir, glaube ich, sogar reingucken gehen. Reingucken gehen, ja. Geil. Geiles Deutsch, Digga. Ähm, wir sprengen mal. Wir haben schon wieder Curse of the Blind, Alter. Was? Haben wir das jetzt schon... Zwei Ebenen hatten wir das jetzt schon, ne? Heilige Scheiße. Ich will das Item, was da im Shop ist, gerne haben. Das heißt, wir brauchen noch... Jetzt zwei Münzen. Um es zu bekommen. Könnten wir vielleicht in diesen Kakaupen hier finden? Aber nur vielleicht. Powerpille. Okay, es war eine blaue Pille. Aua. Okay. 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 Nur noch eine Münze. Und wow. Das ist eine Sackgasse. Das ist schön. Das ist sehr schön. Hust. Hust, hust, hust. Überrennen. Nein, ich wollte sie überrennen. Oh Mann. Gut, ich glaube, die Powerpill heben wir uns nochmal auf. Für einen Sakizaki-Raum zum Beispiel. Aua. Oh Gott. Hatten wir gerade mit Magnetic Tears. Oh Mann, ey. Dieser Run ist ätzend. Isaac, der Gemeingrad momentan ist ätzend. Ach Mensch. Das ist Speed Up. Das nehme ich mit. Speed Up ist schön. Oh Gott. Dein Ernst? Oh. Okay. Okay. Und okay. Was haben wir hier? Stuck in the loop. Hm. Und wieder raus. Okay. Äh, nee. Das nehme ich nicht mit. Das Trinket. Ich bin gerade am überlegen, aber nö. Ich glaube, wir bleiben bei unserem jetzigen Trinket. Speed Up ist schon ganz schön. Speed Up ist schon schön. Wir können uns das Item kaufen. Ich gehe gleich zurück in den Shop. Okay, da können wir nicht rein. Und wir gehen in den Shop. Oh, so ein weiter Weg, Alter. So ein weiter Weg. Hier lang. Hier lang. Hier rüber. Und im Shop. Danke. Was ist das? Magic Fingers. Oh, dein Ernst? Bam. Hä? Ist jetzt nicht so geil? Aua. Äh, ich nehme nochmal das Herzchen hier mit. Zack. Und komm, ich werde eh nicht nochmal zurückrennen. Okay, ähm. Ich weiß nicht, ob wir jetzt in den Kampfraum rein können oder nicht. Nein, es ist der Kampfraum, für den wir nur ein Herzchen haben dürfen. Okay. Wow. Wow. Das war knapp. Und hier ist der Boss. Aber wir hatten den Itemraum noch nicht, ne? Egal, machen wir erstmal den Boss. Gertie. Hallo. Dich zu sehen ist doch schön. Hust. Hust, hust, hust. Bist du der Gertie, der nur Sachen spawnt? Echt? Ja, bist du. Okay. Auch noch die einfache Gertie-Form. Alter. Holy Light. Das war ein schöner Effekt. Ja, manche Träneffekte sind halt schon positiv, ne? Manche sind schon praktisch, aber... Ich bin sonst trotzdem eher kein Fan von Foodcake. Weil es halt auch ein ziemlicher Run-Zerstörer ist. Ein ziemlicher Run-Zerstörer. Und ein Devil-Deal, okay. Was habe ich gerade aufgehoben? Ach, so, Range-Up. Wow. Wow. Komm, dropp mir was. Jetzt. Ein Item. Keine Bille. Ich sag da ein Item. Eins zum Aufheben, weißt du? Ich mach das. Bis mir der Typ ein Item droppt. Danke. Experimental Treatment. Okay. Tears ab. Ein bisschen Damage haben wir auch bekommen. Okay. Nein, das will ich nicht aufheben eigentlich. Okay. The Sun. Das ist nett. The Sun ist nett. Komm. 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 Magician und Lovers. Oh, mein Gott. Komm. 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 Ein Item. Zweite Spritze. Wisst ihr, was ist das Spiel noch an ihm hier? Noch das blaue Herzchen weg. Weiter nicht. Okay, komm, noch ein bisschen. Okay. Wir haben eine übelste Range, ne? Alter, eine 200er Rate. What? Alter. Ähm. Da oben ist, ach genau, den Itemraum müssen wir noch holen. Oh, Mann. Okay. Aber wir haben ein schönes Damage bekommen. Damage ab ein bisschen. Tierstaff haben wir auch bekommen. Schon wieder kein wirklichen Devil-Deal eigentlich, ne? Aber gut, okay. Ich glaube, es war ein Fehler, dass ich so viel gerade an denen gespielt habe. Möglicherweise. Was haben wir hier? Stick Mater. HP und Damage ab. Das ist schön. Eigentlich. Ja, doch. Ist okay. Wir gucken mal hier. Wheel of Fortune. Okay. Vielleicht hätte ich eher den Geheimraum aufspringen sollen. Ich hätte erst in den Kampfraum reingehen sollen. Scheiße. Ah, Mann. Okay. Das hätte ich nicht wissen können. Haben wir mit Lazarus schon den Boss Rush gemacht? Ja, okay. Aber noch kein Hasch leider. Okay. Vielleicht beeilen wir uns ein bisschen. Aber mit den Tränen will ich eher eigentlich kein Hasch machen. Je nachdem, was wir jetzt noch bekommen. Wir versuchen trotzdem, uns ein bisschen zu beeilen. Vielleicht finden wir ja noch Godhead oder Sacred Heart im Angel Deal. Wir haben ja immer noch die Angel Deal-Chance. So ist es nicht. Wir haben ja noch keinen Devil Deal mitgenommen. Gab ja auch noch keinen zu mitnehmen. Aua. Ich habe kein schwarzes Herz mehr. Okay, jetzt haben wir wieder eins. Huh. Ne. Ich bleibe mal beim Speed Up. Zack. Ach, komm. Dein Ernst? Das war gemein. Lucky Rock. Okay, da könnte, also das macht, das Trinket, das macht, dass wir, ähm, upsie, äh, Geld in Stein haben. Also wenn wir Steine sprengen, haben wir da Geld drin. Wodurch habe ich eben die Karte gesehen, äh, die Karte, ja, die Map gesehen. Hä? Ach, das ist an, ne? Stimmt, das ist an. Okay, stimmt. Oh, ist das dein Ernst? Komm her. Wow. Muss das jetzt sein? Muss das jetzt sein? Au. Huh. Hallo, Greed. Okay, komm, 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 stirb, stirb, stirb. Nice. Noch mehr Geld. Wieso habe ich den Schlüssel nicht? Oh. Oh. Das ist eigentlich nett. Aber ich will mein jetziges Item behalten. Mein jetziges Space Item. Vielleicht bekommen wir Cancer oder Curved Horn. Wäre ganz cool. Hat der sich gerade in einen anderen Gegner verwandelt? Der Steinputzi in einen normalen Gegner? Oh, leu. Die Spur war nicht unsere. Okay. Wieso haben wir da jetzt gerade einen Dime gedroppt? Hä? Noch mehr Range Up. Ist das dein Ernst? Okay, so langsam ist es echt krass. Wie viel Range Up wir hier bekommen. Äh. Stranker will ich auch nicht haben. Nee. Wir brauchen noch den Item Ra... Au. Wir haben immer noch das blaue Herzen. Ich glaube jetzt nicht mehr. Nein. Ich hasse Fruitcake manchmal. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie viel Leben wir haben. Das ist das Problem. Da geht es noch weiter. Ich wette, da hinten ist irgendwo der Item... Okay, hier ist der Item Raum. Schön. Oh, zum Glück. Ich muss aufpassen. Ich habe schon die Range. Da muss ich auch auf Abstand spielen. Da muss ich auf Abstand spielen. Oh, toll. Wow. Wow. Ich habe gehofft, dass wir da ein schwarzes Herzchen drin haben. Ich lasse die in Ruhe. Und was haben wir hier? Oh, Luck Up. Ist eigentlich auch ganz nett, ne? Aber nö. Hey, 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 hey. Okay. Komm, besiegen wir erst ihn hier. Wieso droppen wir Geld? Haben wir Head of the Keeper-Effekt damit? Ich habe keine Ahnung. Du hast ein schwarzes Herzchen. Ja. Okay. Luck Up. Okay. Und ein HP Upgrade. Ist okay. Leider keinen Deal bekommen. Leider. Wäre cool gewesen. Okay, was haben wir hier? Treffe ich hier mit alle? Wenn ich die hier irgendwie lege? Nein, zwei. Aber jetzt können wir die auch noch sprengen. Ja, Boss Rush packen wir eh nicht. Also von daher müssen wir das auch gar nicht erst versuchen. Unsere Range ist so heftig, ey. So eine heftige Range. Okay. Da. Und nice. Zack. Sind das nicht die Fliegen von Hasch? Ich glaube, das sind die Haschfliegen. Okay. Oh, komm schon. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt einen Angel Deal. Irgendeinen coolen Angel Deal. Das macht Shot Speed Up. Das brauche ich jetzt auch nicht. Nur bei Curved Thorn oder so würde ich meinen Speed Up backlegen. Bei irgendeinem richtig geilen Trinket. Einem richtig geilen Trinket. Äh. Ja, komm. Das ist für die Magenverwandlung. Und wir sind... Yes, Master. Okay. Power Bill. One makes you larger. Speed Down. Oh Gott. Telepills. Telepills sind echt schlimm. Und ich will meine Magician Karte wieder haben. Danke. Was ist das für eine Karte? Devil. Nee. Wir können auch mal ein bisschen Geld spenden, ne? Stimmt. Könnte man machen. Bleib da drin hängen. Oh, komm schon. Danke. So, noch einen Kaffee trinken. Ah. Lecker, lecker Kaffee. Schon ganz geil. Hier ist der Boss. Aber wir müssen den Itemraum noch finden, weil wir haben nach Marm keine Möglichkeit wieder zurückzukehren. Das heißt, wir suchen erstmal den Itemraum. Der sich nicht hier befindet. Wusste ich. Ich wollte es euch nur zeigen. Das macht doch, dass wir manchmal... Automaten in dem Itemraum haben, ne? Zu so und so viel Prozent, dass da ein Automat spawnt, mit dem wir rerollen können. Das... Ja, doch. Nehme ich lieber mit als Speed Up. Wir sind eh relativ schnell. Also wir sind jetzt nicht super schnell, aber... Es ist in Ordnung. Unser Speed. Okay, jetzt fühle ich mich so langsam gerade. Ich hoffe, wir finden gleich irgendein Speed Up Item. Das wäre ganz nett. Wir sind Speed Up. Das sprengen wir. Das spreng ich auch. Aua. Als ob die gerade in dem Moment geschossen hat. Was ist das? Ich sollte nicht schießen. Okay. Stirb. Danke. Und du auch. Okay, stirb nicht. Jetzt aber. Danke. Du auch. Schöne Sache. Schon wieder ein Dime gedroppt. Hä? Warum bekommen wir so viel Geld? Das macht manchmal zwei Items im Itemraum. Oh, jetzt wäre das schön, dass wir... Äh, wenn wir... Wenn wir zwei Trinkets mitnehmen könnten, ey. An so einer Trollbombe bin ich eben in der Aufnahmeversuch gestorben. Weil sie einfach instant explodiert ist. Au. Und? Äh. Ne. Eigentlich will ich es nicht haben. Es gibt uns halt den Homing-Effekt für eine Eben... Äh, für einen Raum. Indem wir es halt benutzen. Einen Raum clear ich jetzt noch. Okay. Das kann ich nicht machen. Denn sonst verliere ich meinen Deal. Meine Deal-Chance. Da kann der Geheimraum nicht sein. Hier unten auch nicht. Hier unten auch nicht. Oder kann der hier oben sein? Ne, eigentlich nicht. Aber hier kann er sein. Und hier springen... Ich habe keine Bombe. Ich habe Bomben. Äh, aber ich springe lieber das hier. In der Hoffnung auf den Magic Mushroom. Okay, oder auch nicht. Gut. Dann. Ich kann mal hoffen, dass hier vielleicht eine Träne kommt, die explodiert. Ja, nice. Wow. Das hat sich so gelohnt. Ja, das hat sich so gelohnt. Okay, wir haben unseren Angel-Deal verloren. Nice. Nice. Schön. Ach, Mensch. Ach, Mann. Ich verliere so den Spaß an Isaac irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin so unmotiviert, Isaac aufzunehmen. Weil ich immer mit dem Gedanken rangehe, okay, wir kriegen eh keine guten Items. Und meistens kriegen wir halt auch keine guten Items. Dann verkacken wir meistens den... Okay, wir haben unseren Angel-Deal immer noch bekommen, okay. Jo. Geil. Unser Trinket-Effekt wird ja sogar verbessert, ne? Also verdoppelt. Dadurch, dass wir das Space-Item halt noch haben. Okay. Irgendwie will die Truhe nicht enden. Nee, ich hab kein Enter. Okay, komm runter und entspann dich. Okay. Komm, gib mir ein Item oder so. Okay. Ja, die Krone. Wenn wir in dem Raum nicht getroffen werden, kriegen wir halt ein übelstes Damage ab. Wenn wir halt getroffen werden, dann verlieren wir den Damage ab. Okay. The forgotten horse, man. Haben wir... Freigeschalten. Okay. Jo. Wenn es gleich mal getroffen wird, kann ich euch zeigen. Da müsst ihr auch den Damage achten. Jetzt haben wir ein 19er Damage, circa. Okay, 18,3. So, hier. Moon. Einsetzen. Hey. Okay, jetzt will ich irgendwie... Irgendwie will ich zu hasch. Irgendwie will ich zu hasch. Ich weiß nämlich, ob ich das noch rechtzeitig schaffe. Wir haben ein schönes Damage. Wir haben das Krönchen. Das Krönchen ist halt echt OP. Es ist halt echt strong. Okay, da ist... Okay, jetzt seht ihr, jetzt haben wir nur noch ein 9er Damage. Also der Damage wird halt multipliziert. Halt überdoppelt. Und das ist eigentlich schon ziemlich strong, wie ihr merkt. Aua. Okay, mit Cancer, Alter. Cancer ist halt so OP. Cancer ist schon strong. Ein stronges Item. Okay, jetzt wird es langsam echt lächerlich. Dass wir hier den Weg zum Boss nicht finden. Komm schon, ich will hasch machen. Lass mich hasch machen, Spiel. Lass mich hasch machen. Bitte. Ich hab sogar bitte gesagt, Spiel. Komm schon. Ach, komm. Ist nicht dein Ernst. Sackgasse. Yeah. Die ganzen Truhen halten mich auf. Aber jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas cooles aus dem Devil Deal oder so. Oder jetzt halt noch Go Godhead oder so finden. Das wäre so ein schönes Item. Komm, gib mir den Angel Deal. Gib mir gleich bitte den Angel Deal. Mit einem schönen Item. Nicht wieder nur Kisten oder nur Herzchen. Das wäre... Nein. Ich will nicht nur Herzchen haben. Ich will nicht nur Herzchen. Ich will richtige Items. Okay, weiter. Och, nee. Hä? Wie hab ich ihm so viel Damage gefü- Äh, äh? Wie hab ich ihm- Hä? Okay. Irgendwie hab ich ihm Peer Damage gemacht. Ich weiß nur nicht wie. Alles klar. Alles klar. Aua. Ich achte gerade noch ein bisschen auf blaue Steine. Aber ich bin kein. Wow. Wir haben noch drei Minuten für die Ebene. Oh Gott. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Ach, komm. Scheißrote Spuren, Alter. Zwei Trinkets tragen können jetzt Kelles. Das Trinket, womit wir über Stacheln und rote Spuren und so laufen dürfen. Ähm, an die spiele ich. Kannst du mir noch eine dritte Spritze droppen? Komm schon. Ich hab nicht so viele Herzchen, Alter. Okay, oder Gimpy. Und ich sprenge auch. Oh Gott, oh Gott. Das war knapp. Okay, ich hab nicht mehr so viel Zeit. Auch die Herzchen alle aufsammeln. Genau. Ach, stimmt. Die Krone aktiviert sich auch nur, wenn wir volle Herzchen haben. Scheiße, stimmt. Oh, da hatte ich gerade einen Mega-Lag. Okay. Hier sind auch noch ein paar Geg- Hä? Alter! Alter! Ähm. Jo. Ich hatte gerade Mega-Lag, wie ihr hoffentlich wahrscheinlich mitbekommen habt. Habt. Und warum hat sich jetzt... Oh, ich hab wahrscheinlich immer noch ein Virus auf dem Rechner. Das hat sich nämlich gerade automatisch einfach, wie es aussieht, Mozilla Firefox installiert. Man kann den Damage zufü- Man... What? Das wusste ich ja gar nicht. Man kann die zerstören. Oh Gott! Okay, schnell mal am machen. Also mal ams Herz machen. Ach, komm! Okay. Ach, komm! Ich darf jetzt nur nicht getroffen werden. Ich will mal einen Angel-Deal haben. Oder Devil-Deal halt. Konzentration. Okay. Und ein Devil-Deal. Mit einem Guppy-Item. Ja, komm. Das können wir eigentlich noch mitnehmen. Wir haben die Krone wieder aktiviert und gehen zu Hasch. Oh, Moment. Ich muss einmal eben... Ich muss einmal gucken... Ob sich das Video hochgeladen hat. Weil ich hab nebenbei gerade noch ein Video hochgeladen. Wack es nicht. Bitte. Nein, als ob es nicht hochgeladen wurde. Oder wurde es komplett hochgeladen? Nee, ne? Nein, natürlich nicht. Wow. Ist das dein Ernst jetzt? Ich muss demnächst meinen Rechner komplett zurücksetzen. Komplett. Ist das dumm, Alter. Ist das dumm. Hey. Äh. Ich könnte mir noch ein bisschen Geld machen, ne? Aber eigentlich brauche ich es nicht. Dich nehme ich mit. Kein Schaden von der Explosion ist super. Als Item. Blaustein. Äh. Zack. Und... Ja, hier können wir das einmal einsetzen. Um uns noch ein blaues Herz hinzuholen. Hier haben wir die Black Candle. Okay. Nehme ich mit. Das nehme ich mit. Speed Up. Und Hiro Friend. Okay, Hiro Friend brauche ich gar nicht mehr. Okay. Gut. Na, machen wir jetzt hasch, Leute. Ich hoffe, ich werde nicht getroffen. Denn dann behalten wir unser schönes Damage. Wir haben halt die Mega Range, ne? Guckt euch das an, Alter. Ich weiß nicht, wie weit unsere Tränen fliegen, aber sie fliegen weit. Weit. Okay, und Hascha ist gespawnt. Okay, ein schwarzes Herz hier nehme ich mit. Okay. So, von hier aus kann ich besser ausweichen. Okay. So. Oh Mann, Alter. Wir machen ja echt eigentlich gar kein Damage, ne? Nicht wirklich zumindest. Komm wieder hoch. Hashi Boy. Okay, nice. Okay. Okay, Konzentration. Einfach nur konzentrieren. Nein. Okay. Schönen Lack-Up-Bersuchen mitzunehmen. Ja, ich wollte diese Münze haben. Komm. Okay, hier stehen. Okay, einfach, einfach aufpassen. Komm, ich brauche Holy Light. Oder auch nicht. Lack? Nein, kein Lack-Up. Komm. Komm. Okay. Ja, wir packen ihn auf jeden Fall. So ist es nicht. Wir packen ihn auf jeden Fall. Das ist nicht das Problem. Nur halt, es dauert jetzt ein bisschen. Dadurch, dass wir halt... Aua. Nicht mehr so viel Damage haben. Ach, Mann. La, 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 la. Sonst so. Alles trash. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Wir haben ihn. Nice. Empty Vessel has appeared. Nice. Empty Vessel ist eine schöne Seite. Wir holen uns noch schnell... Das hier. Und geh hin jetzt weiter... Zu Isaac. Ja, denn ich will das Polaroid endlich mal freischalten. Zack. Zack. Der Raum ist auch neu. Den kannte ich auch noch nicht. So, hier. Oh, ja. Das muss ich machen. Okay, jetzt erst mal die ganzen Wellen besiegen. Und danach weitermachen. Danach alle Kisten öffnen. Okay, die Kiste. Goldene Schlüssel. Ist nett. Ist nett. Wir haben so viel Damage, Alter. Mit den Krönchen. Ist halt schon ganz geil, ne? Okay, schade. Ich habe auch so einen Crickets Head gehofft. Der nochmal alle Damage Ups multipliziert. Das heißt, wir hätten... Oh mein Gott, hätten wir schönes Damage. Oh, bitte gib mir ein Cricket Head oder so. Bitte. Irgendwie. Poison Shot. Nee. Ich glaube, ich würde jetzt auch nichts mehr mitnehmen an Trinkets. Ich behalte das Trinket... Äh, das Space Item eigentlich nur noch, damit wir den Cancer-Effekt nochmal verdoppelt haben. Eigentlich nur deswegen. Danke. Ach, Mann. Wow. Ich habe mir gerade irgendwie... was anderes unter diesen Weg bohrgestellt. Ich dachte, wir kommen irgendwie zum Boss hier. Aber okay, nein. Wir kommen rechts nicht zum Boss. Hey, hey. Wow. Okay, ich wurde getroffen. Wie es aussieht... Ach, wir kriegen ja keinen Schaden mehr bei Explosionen. Stimmt. Oh, cool. Äh, wie es aussieht... können wir... ...möglicherweise... ...sogar noch in den Dark Room und Mega-Satan sogar machen, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Aber ich weiß nicht, ob unsere Herzen dafür ausreichen. Wir machen jetzt erst mal Isaac in Ruhe. Ganz gechillt. Dann versuchen wir uns noch in den Dark Room zu porten. Okay. Noch ein bisschen Lack vielleicht? Komm, gib mir ein paar Lackab... äh... Lackabdingens. Okay, wir haben ihn gleich. Wir haben ihn. Pong freigeschaltet? Irgendein Pong. Okay, Pong-Achievement. Wollen wir noch größer werden? Nee, eigentlich nicht, ne? Egal. Zack. 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 Blaues Herzchen, okay. Noch mehr blaue Herzchen. Ach ja, wir kriegen ja keinen Schaden bei Explosionen. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Zack, ganz viel Geld. Ist auch nett. Au. Ey, das war unfair. Okay, jetzt müssen wir erst mal die ganzen Herzchen hier einsammeln. Ach stimmt, wir haben die Plazenta. Die heilt uns ja noch ein bisschen. Alter, wie viele rote Herzchen haben wir hier denn? Bup. Haha. Ach man. Ich mag keinen Explosionsschaden. Das ist super. Hatten wir hier rote Herzchen? Ja. Zack. Und... Das da aufzuheben wäre eigentlich Verschwendung. Eben gewesen. Weil wir... Äh... Nur ein halbes Herzchen gebraucht haben. Hallo, Engel. Ich weiß gar nicht, droppt der auch ein Angel-Deal-Item oder nur das Schlüsselteil? Ne, ne? Ne. Aber ein schwarzes Herzchen. Okay, wir sind in den Darkroom gebottet worden. Und Lazarus Rex. Und das Polaroid endlich. Challenge 27. Challenge 35. Okay. Und wir können Mega-Satan gleich machen. Und wir bräuchten... Ganz gerne... Rote Herzchen. Damit ich... Oh Gott. Komm schon. Danke. Endlich haben wir den Eintod besiegt, ey. Nicht getroffen werden. Haben wir mit... Nein, wir haben mit Lazarus auch noch nicht die Lamp besiegt. Okay. Dann machen wir das doch jetzt gleich mal, ne? Aua. Ach komm. Was haben wir hier? Leo. Ist okay. Nehme ich gern mit. Leo ist ein schönes Item. Und hier ist... Was? Wo ist der Geheimraum? Hä? Hier ist nirgends der Geheimraum. Ach doch, da oben. Oh. Hä? Okay. Ich meine, okay. Hallo. little Monstro. Little Monstro. Süßer Kerl. Süßer, süßer Kerl. Schon niedlich, ne? So ein little Monstro. Okay. Den haben wir. Und... Den auch. Okay. Das Trinket gibt uns random Spritzen-Effekte. Okay. Gib mir rotes Herzchen. Ich brauche noch ein rotes Herzchen. Komm schon. Nur noch eins. Okay. Okay. Oh, komm schon. Okay. Den haben wir. Jetzt wird nur noch die Maske hier. Oh Gott. Komm schon. Gib mir ein rotes Herzchen, Alter. Ein einziges. Rotes Herzchen. Oh, komm schon. Das nehme ich mit. Was haben wir hier? Ohne ein rotes Herzchen gehe ich nicht so Lampen machen, Alter. Ich will full life. Ich will volles Leben haben. Bomben. Yeah. Kommt her. Danke. Und... Bye. Bye. Danke. Ah. Endlich. Endlich. Okay. Okay. Jetzt kriege ich ein rotes Herzchen, ne? Ohne Witz. Ha. 2020. Was? Okay. Oh mein Gott. Das ist so OP. Okay. Wir haben gerade mal einen schönen Run. Oh, Nägel. Aber die sehen wir nicht. Oh, Mann. Aber wir sind strong. Alter Butter. Wow. 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 Aua. Hä? Und auch noch White Shot. Das ist cool. Digga. Was sind das für Tränen? Das ist nicht normal. Das ist nicht von dieser Welt, Alter. Nein. Nein. Alter Butter, ey. Guckt euch das an, Mann. Oh, wow. Ist das cool. Einfach... Wow. Wow. Okay. Gut. Dann machen wir jetzt Mega-Satan, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal Mega-Satan gemacht habe. Ich bin mir da echt nicht sicher. Bye. Und bye. Und... Dein Ernst? Komm schon. Tüdelü. Oh, ho, ho. So ein Damage. Wow. Wow. Ach, du Kacke. Alter. Leute, das ist Mega-Satan, ne? Und jetzt kommt die zweite Form von ihm. Mal sehen, wie schnell wir die besiegen werden. Okay. Tüdelü, Satan. Kommen wir noch zu? Nein, kommen wir nicht. Schade. Okay. Nice. 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 Ha, ha. Ha. Ja, ist okay jetzt. Gut, Leute. Pandoras Box. Long Baby. Okay, ich glaube, wir haben mit Lazarus gerade fast alles geschafft, oder? Es fehlt nur noch Blue Baby und der Greed Mode. Und Dings. Äh, Delirium. Ja, gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Wir sehen uns bei... End Bis zum nächsten Mal.